Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Leighton und die verlorene Zukunft. Da wir uns jetzt kurz vor dem letzten Dungeon befinden, habe ich mir gedacht, noch mal eine kleine Zusammenfassung, was bisher geschah, erfahrt ihr jetzt. Der Professor bringt alle zum Staunen, als er Clive, den wahren Fädenzieher, demaskiert. Jahrelang sand dieser nach Rache an der Regierung und der Welt der Wissenschaft. Clive entkommt in einer mobilen Stahlfestung, die tief unter der Temse verborgen lag. Um die Zerstörungswut des Ungetüms wissend, versucht der Professor alles, Clive aufzuhalten. Und wir nutzen jetzt das Leighton-Mobil. Nur eine Kleinigkeit, Leighton. Was ist, Paul? Das Auto ist, ähm, fast im Top-Zustand. Aber ich muss noch eine Stelle verschrauben. Bloß bin ich mir nicht sicher, welche Schraube dort hineingehört. Wie bitte? Aber das ganze Auto könnte doch in Stücke fallen. Was sollen wir denn nur tun? Blär mal nicht so rum, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Eine dieser Schrauben müsste passen. Also, schauen wir es uns doch einfach mal an. Nur eine der unten abgebildeten sechs Schrauben A, B, C, D, E und F passt in die Gewindeöffnung. Der Durchmesser der Öffnung stimmt mit der Dicke aller Schrauben überein. Mach dir darum also keine Sorgen. Als einziges Werkzeug dient dir ein Schlitzschraubendreher zur Verfügung. Und die Zeit wird langsam knapp. Beeil dich also. Kreise die richtige Schraube ein und berühre die Antwort. Also, es ist ein Schlitzschraubendreher und es ist ein linksdrehendes, äh, nach rechtsdrehendes Gewinde. Das kann doch quasi nur diese Schraube sein. Also wird es wahrscheinlich D sein, weil bei B gibt es kein Schlitz. A ist ein rechtsdrehendes Gewinde nach... Ne, linksdrehendes. Linksdrehendes Gewinde. Wir müssen aber nach rechts drehen. C hat gar kein Gewinde. Das ist eigentlich nur ein total doofer Nagel. E ist quasi wie A, nach links zuzuschrauben. Aber wir müssen D nehmen. Und F hat keinen Schlitz. Juhu! So gefällt mir das. Auf geht's. Genau, jetzt los, lass den Wagen an. Rätsel Nummer 118. Schraubendreherei ist im Rätselindex spielbar. Das ist die richtige, ich bin mir sicher. Saubere Arbeit läden. Das muss ich dir ausnahmsweise mal lassen. Heißt das, wir können jetzt los? Darauf kannst du wetten. Wicht. Die Herren, ihre Kutsche steht bereit. Ich komme mit. Sie bleiben hier. Wir werden das allein erledigen. Keine Angst, Blätsel. Und gib ordentlich zum Neuger. Das werde ich. Hey, meine Hintern. Sind Sie völlig durchgeknallt? Festhalten, mein Junge. Ja. 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 LOAN. Das war mal... Als erstes müssen wir schnell herausfinden, wo gleich die arme Flora gefangen hält. Eine tolle Cut-Sequenz, würde ich sagen, aber ich wollte Läden nicht reinsprechen. Jawohl, Professor. Aber diese Maschine ist gigantisch. Wo sollen wir nur suchen? Eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir uns Zutritt zu dieser Monstrosität verschaffen. Das ist kein Zurück mehr, das heißt, wir müssen einfach nach vorne gehen, durch die Tür durch. Diese Tür ist mit einem Rätsel verriegelt! Weniger hätte ich vom Kleif auch nicht erwartet. Es ist offensichtlich, dass wir hier nur mit etwas Kopfarbeit hinein gelangen. Rätsel 119. Drehscheibenschloss. 60 Pikarat wert. Das unten abgebildete Schloss verfügt über sechs Dreh- und austauschbare Scheiben. Um es zu öffnen, müssen die Scheiben so angeordnet werden, dass sämtliche Edelsteine, die horizontal oder vertikal aneinander liegen, dieselbe Farbe haben. Berühre eine Scheibe in der Mitte und führe den Touchpen, um sie zu bewegen. Berühre eine Scheibe am Rand und führe den Touchpen, um sie zu drehen. Viel Glück! Na dann, schauen wir es uns mal an. Wir brauchen erstmal das unten. So. Das bräuchten wir nicht. Wir tauschen mal diese mit der hier aus. Rot oben. Rot unten. Nein. Ach so ist das. Ah. Das geht schon mal gar nicht. Okay. Hm. Diese gehört hier unten rechts rein, würde ich sagen. Da rein. Genau. Das passt. Jetzt haben wir rot oben. Rot oben. Und rot unten. Rot unten. So. Rot unten. Hier. Hm. Das ist nicht gut. Wie kriegen wir das hin? Ein Stück verzwickt ist es ja schon. Nochmal neu. Was ist vorgegeben? Blau. Blau und Ecke ist vorgegeben. Blau und Ecke. Blau und Ecke. Da gibt es einmal den da. Und blau und Ecke. Das könnte auch A sein. Aber ich tausche das mal so. Dann brauchen wir Rot auf der rechten Seite. Und das unten. Also E höchstwahrscheinlich. Auf der rechten Seite ein rotes. Das unten. Das passt gar nicht. Nein. Das passt hier eher rein. So. Rot und links muss das sein. So tun wir das hier hin. Rot und gegenüber Blau. Das wird E sein. Das ist... Wow. So. Das kommt hier hin. Und das wird gedreht. So. Jetzt müsste es passen. Habe ich recht? Rot. Blau. Blau. Passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Okay. Mal sehen, ob das stimmt. Ja. So gefällt mir das. Einfach brillant. Du kannst es jetzt passieren. Rätsel 119. Drehscheibenschloss ist im Rätselindex spielbar. Ganz famos. Damit stehen uns Tür und Tor offen. Toll. Dann nichts wie rein. Nichts wie rein. Und das nächste Schloss. Beziehungsweise Hinweismünze suchen. Es scheint sich um eine Art Aufzug zu handeln. Damit können wir uns wohl durch die Festung bewegen. Aber sehen Sie nur all die Knöpfe. Wie soll man dieses Ding denn nur bedienen? Hey ihr da. Ihr zwei. Lasst bloß die Flassen von unserem Transportlift. Oh nein. Man hat uns entdeckt. Wir kommen um das Mädchen zu retten. Das Clive entführt hat. Sagen Sie uns sofort wo sie ist. Mädchen? Ach ja. Die kleine. Im Aprikot. Die der Boss eben hier durchschleifte. Der Boss? Sie arbeiten also die ganze Zeit über für Clive? Klar doch. Dimitri war nur seine Marionette. Clive hatte hier von Anfang an das Sagen. Jetzt wird mir alles klar. Wir haben eure Freundin sicher in Belüftungsschacht verstaut. Und da werdet ihr nie hingelangen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Woh? Wieso nehmen wir nicht gleich hier diesen praktischen Aufzug zum Belüftungsschacht? Immerhin scheinen sie uns selbst erklärt zu haben, wie man ihn bedient. Was? Bitte was? Ach, du meinst die Bedienungsanleitung, die dort hängt? Haha, falsch gedacht. Sie ist bombensicher verschlüsselt. Den Plan kannst du dir gleich unter die Krempe schieben, Meister. Doch bevor wir dieses Rätsel anfangen, machen wir eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.